im herzen blüht die alte handelsmetropole profit und unangefochten an der spitze thront die hauptstadt der freien welt quality city selbst quality lands einwohner wurden umbenannt sollten sie doch keine standardmenschen sein sondern qualitätsmenschen vor allem die nachnamen der leute klangen immer noch sehr mittelalterlich und passten ganz und gar nicht zur neuen fortschrittsorientierten landesidentität ein land voller müller schneider und wagner war nicht gerade der feuchte traum eines hightech investors darum beschloss die werbeagentur dass ab sofort jeder junge den beruf seines vaters als nachnamen tragen muss und jedes mädchen in den beruf seiner mutter entscheidend ist dabei der zur zeit des zeugungsakts ausgeübte job wir wünschen dir unvergessliche erlebnisse im land von sabine mechatronikerin und walter putzkraft den beliebtesten mittelschichtsrap duo unserer dekade im land von scarlett strafgefangene und ihrem zwillingsbruder robert aufseher den ungeschlagensten battleboard jockeys des jahrhunderts im land von claudia superstar der sexiest woman of all time im land von henrik ingenieur dem reichsten menschen der welt willkommen im land der superlative willkommen in quality land erstes kapitel ein kuss peter arbeitsloser hat genug niemand sagt er ja peter fragt niemand ich habe keinen appetit mehr okay sagt niemand niemand ist peters persönlicher digitaler assistent peter selbst hat diesen namen gewählt denn er hat oft das gefühl dass niemand für ihn da ist niemand hilft ihm niemand hört ihm zu niemand spricht mit ihm niemand beobachtet ihn niemand trifft für ihn entscheidungen peter bildet sich sogar ein dass niemand ihn mag peter ist ein winner denn niemand ist ein win-assistent win ein kürzel für what i need war ursprünglich mal eine suchmaschine in die man umständlich per sprachbefehl davor sogar noch per tastatur seine fragen eingeben musste im herzen ist win immer noch eine suchmaschine aber man braucht keine fragen mehr zu stellen win weiß was man wissen will peter muss sich nicht die mühe machen relevante informationen zu finden die relevanten informationen machen sich die mühe peter zu finden niemand hat das restaurant in dem peter mit seinen freunden sitzt nach den errechneten vorlieben von peter und seinen freunden ausgesucht niemand hat auch gleich den passenden burger für peter bestellt die besten recycling fleischburger von quality city steht auf den servietten es hat peter trotzdem nicht geschmeckt vielleicht liegt es daran dass das restaurant nicht nur zu peters geschmack sondern auch zu seinem kontostand hatte passen müssen es ist schon spät sagt er zu seinen freunden ich mach mal los leute ein undefiniertes krummeln ist die antwort peter mag seine freunde niemand hat sie für ihn gefunden aber manchmal er weiß nicht warum da kriegt er einfach schlechte laune wenn er mit ihnen abhängt peter schiebt den teller auf dem noch mehr als die hälfte seines recycling burgers liegt zur seite und zieht seine jacke an niemand bestellt die rechnung sie kommt sofort der kellner ist wie in den meisten restaurants ein mensch und kein androide maschinen können heute so vieles aber sie bekommen es immer noch nicht hin eine volle tasse von a nach b zu tragen ohne zu kleckern im übrigen sind menschen billiger sie haben keine anschaffungs und wartungskosten und in der gastronomie branche auch keine lohnkosten sie arbeiten für trinkgeld androiden kriegt man nicht für trinkgeld wie möchten sie zahlen fragt der kellner äh touch kiss sagt peter sehr gerne sagt der kellner wischt auf seinem quality pad herum und peters quality pad vibriert seit seiner einführung hat sich touch kiss als zahlungsmittel rasend schnell durchgesetzt Forscher von quality corp dem konzern der dein leben besser macht haben herausgefunden dass die lippen viel fälschungssicherer sind als der fingerabdruck kritiker behaupten allerdings dass es darum gar nicht gehe sondern dass quality corp nur eine noch höhere emotionale bindung der kunden an ihre produkte erreichen wolle falls das tatsächlich das ziel gewesen sein sollte hat es zumindest bei peter nicht funktioniert leidenschaftslos drückte einen kuss auf sein quality pad durch einen zweiten kuss gibt er die üblichen 32 prozent trinkgeld nach acht sekündiger untätigkeit schaltet das quality pad auf standby und das display wird schwarz peters dunkles spiegelbild starrt ihn blöde an ein unscheinbares weißes gesicht nicht hässlich aber unscheinbar